Hallihallo liebe Leute, und heute melde ich mich mal mit einem besonderen Video. Nämlich heute, nein, gestern, vor genau zwei Jahren fingen meine Let's Plays an. Und mit dem heutigen Tag mache ich schon wirklich zwei Jahre lange Let's Plays. Und habe mir gedacht, dass ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall ein kleines Special für euch vorbereite. Habe ich auch geschafft, Gott sei Dank alles zeitlich rechtzeitig fertig zu kriegen. Die beiden Specials, die ich jetzt, ja, soweit fertiggestellt habe. Und dementsprechend dann auch am Montag dann hochladen werde. Das hier hat ein bisschen was zum Gucken gehabt. Weil ich dachte, das hat sich eigentlich so ziemlich gut ergeben, so zum zweijährigen Jubiläum. Mal, ja, ich habe auf jeden Fall gestern und vorgestern zwei Let's Plays ja noch hochgeladen. Dann zum zweijährigen nochmal die beiden Spiele Re-Let's Played, also Rocket Knight Adventures und Castlevania The New Generation. Stand nicht ein bisschen unter Zeitdruck, die noch an dem Wochenende hochzukriegen, aber ich habe es geschafft. Und ja, dementsprechend steht dann am Montag an, dass dann halt die beiden Special-Videos kommt. Also, dass heute nur ein Special-Tag ist, sozusagen, und nichts anderes kommt an Let's Plays. Nur die beiden Special-Videos, aber da habt ihr erstmal genug zu gucken. Insgesamt, also das eine Video geht 18 Minuten und das andere, das geht glaube ich nur 3 Minuten oder so. Also, ja, noch reicht auf jeden Fall für einen Tag, finde ich. In dem Fall jetzt, dass es sowieso nur ein Special-Tag ist mit Let's Plays vernünftig wird es am Dienstag auf jeden Fall wieder weitergehen. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich in diesem Video noch bedanken, für diejenigen, die lange unter meinen Abonnenten schon weilen und überhaupt noch unter meinen Abonnenten weilen und noch Spaß mit meinen Let's Plays haben, sie anzugucken. Und, naja, ich will mich auf jeden Fall bedanken an den Leuten, die langjährige Treue bei mir gehalten haben. Sowas ist schon ziemlich toll, zwei Jahre, schon eine unglaubliche Zeit. Aber wenn man mal überlegt, dass andere Let's Player während dieser Zeit schon etliche 10.000 Abonnenten erreicht haben, während ich gerade mal bei knapp 1.000 stehe. Aber das ist mir auch relativ scheißegal, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin froh, wenn wirklich genug Leute meine Videos gucken, vernünftig kommentiert werden, sie Spaß an meinen Videos haben und ich ihnen einige Spiele auf jeden Fall näher bringen kann. Beispielsweise auch Spiele, die jetzt keiner so kannte vorher oder so. Ja, auf jeden Fall, ja, will ich mich auch an dieser Stelle noch an ein paar Leuten bedanken. Zum einen den Nostalge-Kultun, der ja für den Kanal-Hintergrund meines Kanals verantwortlich ist. Möchte mich in dem Fall auf jeden Fall bedanken, dass er schon so oft sich die Mühe gemacht hat, den Kanal-Hintergrund jeweils zu ändern und auch wirklich fertigzustellen nach meinen Wünschen sozusagen. Hat er sich jeweils immer wieder fertiggestellt. Deswegen danke hier an dieser Stelle. Ich hoffe, du schaust dir das Video wenigstens an, dass du meine Danksagung hier hörst. Und ja, sonst noch ein paar Leuten, denen ich jetzt auf jeden Fall danken will. Also speziell jetzt, ich sag jetzt einfach mal, allen Abonnenten auf jeden Fall, all meinen YouTube-Bekannten, das heißt FinalMessenger13, Tamiko-Chan, der Kommentator, Nordwind, ähm, Steakhouse Deluxe, ähm, ähm, Lutifor, oh Gott, jetzt muss ich erstmal die ganzen Namen hier aufkriegen, ähm, Ravenite, ähm, habe ich irgendwen vergessen? Ähm, scheiße. Das ist scheiße, wenn man so viele Namen aufzählt und dann vielleicht doch was vergisst. Ähm, 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 scheiße. Ich glaube, habe ich jetzt alle? Ähm, wenn ich irgendwen vergessen haben sollte, bitte nicht steinigen. Ähm, das ist ziemlich schwer, so viele Namen überhaupt, ähm, jetzt so aus dem Kopf schnell zu holen. Vor allem, wenn es wirklich schnell gehen soll. Egal, bei den Leuten will ich mich auf jeden Fall auch bedanken für alles. Und auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich habe soweit jetzt alles gesagt. Ähm, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann steinigt mich. Nein, tut es nicht. Ähm, ich würde sagen, ja, das war auf jeden Fall so eine kleine Danksagung in diesem Fall für die zwei Jahre. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß mit den zwei nachkommenden Videos, die nach diesem Video auf jeden Fall hochgeladen werden. Es war sehr viel Arbeit, Leute, das könnt ihr mir glauben. Aber ich denke mal, es wird sich schon gelohnt haben. Ich werde es ja sehen, wie die Videos bei euch ankommen. Naja, gut, ähm, ich denke mal, ich habe jetzt genug geredet. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier in diesem Video nochmals Danke, Danke, Danke. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit meinen Let's Plays. Und überhaupt, würde ich sagen, sehen wir uns bei meinen anderen Let's Plays. Oder bei meinem Special heute. Deswegen, bis dahin, auf Wiedersehen. DJKR Strikes Back. Und ich Gruppe Checks. Vielen Dank.